Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal RobinsFinanzwelt. Heute habe ich mal wieder die BYD-Aktie für euch dabei. Ja, auch heute mal wieder ein Einzeltitel, einfach so als Update. Wir schauen uns hier die wichtigsten Zahlen, Daten, Fakten an, gehen natürlich hier auch auf den Chart gemeinsam ein und schauen uns auch die aktuellsten News an. Ich werde jetzt immer so ein bisschen Mix bringen aus Einzelaktien natürlich, die ich schon länger analysiert habe, einfach wieder Updates bringen und auch mal wieder so ein bisschen unbekanntere Aktien aus der zweiten und dritten Reihe, wie ich es jetzt in den vergangenen Tagen gemacht habe, dass ihr einfach auch so eine bunte Mischung bekommt. Und natürlich auch gerne fleißig abstimmen. Ich habe wieder einen neuen Community-Post rausgebracht, wie euch denn die Videos auch gefallen zu den Aktien aus der zweiten Reihe. Also gerne mit abstimmen und dann würde ich sagen, wir starten jetzt aber direkt rein hier mit dem Video zu BYD und schauen da jetzt erst mal auf den Chart. Wir stehen aktuell bei einem Kurs von 24,74 Euro, sind jetzt eher so ein bisschen gerade wieder auf fast Jahrestief unterwegs. Wir hatten hier 23,05 Euro als Jahrestief ausgebildet, stehen unter 50 und unter 200-Tage-Linie im langfristigen Bereich. Absolutes Jahreshoch waren hier 32,51 Euro, aber das kann ich schon mal vorweggreifen. Fundamental und auch im Hintergrund läuft es ja wirklich mehr als rund bei BYD. Das sehen wir nachher auch bei den aktuellsten News. Also kann man hier schon mal sagen, sie sind weiter trotzdem auf Kurs. Wir haben ja immer so ein bisschen dieses Thema China-Thematik, was Aktien betrifft, aber BYD hier ganz klar expandiert ist bei uns in Europa angekommen und ist auf jeden Fall ein Unternehmen, was man beachten sollte. Und wir schauen uns jetzt nochmal kurz und knapp eigentlich an, was denn hinter BYD steckt. Also sie wurden ja im Februar 1995 gegründet. Man unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und auch erneuerbarer Energien. Das wisst ihr wahrscheinlich ja bereits. Man gehört ja aber tatsächlich zu den größten Herstellern von auflautbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys. Und man verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickel-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien und auch Ladegeräte für Handys. Also auch in diesem Segment sind sie unscheinbar irgendwo mit einer der Marktführer. Und ja, die Marke BYD Auto erreichte bereits im fünften Jahr eine folgende Wachstumsrate von über 100%. Und ja, man entwickelt ja hier und produziert im Technologiebereich, im Elektroautobereich auch selber alles. Das heißt, man hat hier auch weiterhin auch grüne Produkte schon auf den Markt gebracht, zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und auch Solarstromstationen. Also man ist ja wirklich auch in anderen Kernbereichen wirklich stark unterwegs. Und hier schauen wir uns jetzt auch nochmal die Kennzahlen. Und auch die sprechen wirklich für sich. Auch BYD zahlt ja hier bereits eine Dividende, die auch in den kommenden Jahren hier weiter erhöht werden soll. Das Ergebnis der Aktie, auch das sieht man allein vom Jahr 2022 von 6,64. Das Ganze hier aber in Heimatwährung angegeben, soll dann sogar bis zu diesem Jahr, Ende dieses Jahres mehr als verdoppelt sein und geht dann auch stetig weiter. Auch das KGV wächst so langsam rein. Wir haben hier wirklich ein gesundes Vorwart-KGV von 18, eine Marktkapitalisierung von 71 Milliarden Euro ungefähr und einen Streubesitz von 91,8%. Das sind mal so die groben Kerndaten, die aber wirklich schon sehr, sehr stark aussehen. Und wir sehen es hier jetzt auch nochmal in der Umsatzerlöse. Auch die soll stetig weiter steigen. Und wie gesagt, auch die Dividende damit einhergehen. Das ist momentan noch ein kleiner Nebeneffekt, der aber weiter ausgebaut werden soll. Auch das EBIT soll hier wirklich sprunghaft massiv ansteigen. Und auch der Cashflow pro Aktie, also rein zahlentechnisch kann man sagen, sieht es hier wirklich mega stark aus. Auch das Eigenkapital wächst in großen Schritten weiter an und somit natürlich auch die Gesamtbilanzsumme und auch das Ergebnis der Aktie-Reported. Also wir haben hier alles in allen richtig, richtig starke Zahlen. Und wir schauen uns jetzt auch mal an, wie so ein bisschen das alte Jahr ausgelaufen ist. Also wir kommen jetzt mal auf die aktuellsten News noch zu sprechen. Und da kann man ganz klar sagen, BYD ist auf der Überholspur. Klar, auch die Konkurrenz, wie zum Beispiel Tesla, konnte hier im vierten Quartal vom letzten Jahr neue Verkaufsrekorde erzielen. Ja, und über lange Zeit hat auch hier Tesla die Spitzenposition auf dem Weltmarkt für E-Fahrzeuge sicher gehabt. Das wird sich jetzt aber gerade so, glaube ich, in den kommenden Jahren etwas ändern. China prescht hier ganz, ganz klar nach vorne. Tesla hat hier im vierten Quartal des letzten Jahres 484.507 Autos ausgeliefert. Das sind 11% mehr als im Vorjahreszeitraum und damit natürlich ein neuer Rekord. Aber BYD brachte es hier im selben Zeitraum sogar auf 525.409 Fahrzeuge, was ebenfalls natürlich ein Rekord für BYD darstellt. Und ja, das ist auch so die Frage, läuft der BYD wirklich vielleicht Tesla sogar den Rang ab? Und man hat hier schon wirklich eingebüßt. Also Tesla hat hier schon im Weltmarkt gesehen eingebüßt. Und BYD ist ja schon auf einem Erfolgskurs, kann man sagen. Der Wettbewerb allgemein verschärft sich. Über das komplette Jahr 2023 gesehen hat hier Tesla noch die Nase vorn. BYD hat insgesamt 1,6 Millionen reine E-Autos verkauft. In dieser Kategorie konnte Tesla hier die Spitzenposition noch verteidigen. Man hat hier rund 1,8 Millionen Elektrofahrzeuge ausgeliefert. Genau. Aber man sieht, wie dicht hier BYD langsam drankommt und vielleicht sogar hier irgendwann mal Richtung Weltmarktführer wandern kann. Also zumindest ein harter Konkurrenzkampf entstehen kann. Genau. Und der Abstand, wie gesagt, der schrumpft. Es kommen ja weitere auf den Markt. Wie Xiaomi ist dieses Jahr geplant, so Richtung zweites Halbjahr. Da bin ich auch schon mega gespannt. Und man sieht, es wird nach vorne geprescht. Und schreibt mir doch jetzt gerne mal unten die Kommentare, ob ihr BYD in eurem Depot habt, ob ihr sie vielleicht zu diesen Kursen gerade einsammelt und was ihr denn persönlich auch von der Zukunft denkt. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich natürlich mega freuen, wenn ihr jetzt gerne ein kostenloses Abo da lasst und auch gerne die Glocke aktivieren, um kein Update und keine neuen Analysen und Videos mehr zu verpassen. Würde mich mega freuen an dieser Stelle. Und das war es soweit von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Tag, freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.